hi ihr lieben und herzlich willkommen zurück auf meinen kanal heute wie ihr seht gibt es wieder ein schmink für euch ja und zwar werde ich die l'oreal perfect match nude das getönte serum hier gegen die trended up hydrostate seki serum foundation antreten lassen die sollen im prinzip dasselbe machen die haben beide hyaluron das sind beide nur ein getöntes serum ich werde jetzt für euch austesten ob das hier ein dupe zu dem hier ist ja und wenn euch das interessiert dann bleibt jetzt einfach ja ich habe schon prima drauf und werde jetzt mit der l'oreal seite starten und habe ich die farbe genommen zwei bis drei hell also nicht die ganz helle sondern so die mittlere ich hoffe das passt es kommt in der pipette und okay da kann was war nichts das kommt sehr sehr flüssig raus ich glaube ihr habt das gesehen ich lass erst mal so ich und gucken ob ich dann noch mehr brauche genau ich werde die l'oreal seite auf dieser seite machen also riecht sehr sehr l'oreal like sehr stark aber ich mag gerüche also ich finde es eher angenehm als unangenehm auf den ersten blick ist die deckkraft wirklich nur ein serum das verspricht ja auch nichts anderes aber ja also auf jeden fall eine sehr sehr leichte deckkraft aber die haut sieht richtig toll gepflegt aus seht ihr das ich werde mal noch ein bisschen was drüber geben ob das überhaupt möglich ist gerade so an den wangen habe ich starke rötungen und hier unten also irgendwie riecht das ein bisschen nach banane ich kann mir nicht helfen aber irgendwie riecht das ein bisschen nach banane bilde ich mir das ein habe ich einen schlaganfall sehe sachen komisch rieche aber irgendwie habe ich das gefühl ein bisschen dass das nach banane riecht ja doch ein bisschen wie reife banane ihr könnt ja mal drauf riechen und mir dann mal sagen was ihr davon haltet ja hier noch mal ein bisschen am hals ne und der tor also sieht die l'oreal seite bis jetzt aus ich glaube ihr seht hier eine ganz ganz leichte veränderung ich finde das schon sehr gut ich werde jetzt natürlich auf die andere seite gleich einmal trendet abmachen ich mache das eigentlich immer aber hier braucht ihr den schwamm definitiv nicht so als nächstes nehmen wir hier die ich drehe die erst mal wieder zu als nächstes haben wir hier die trendet ab hydro stay die habe ich 0 20 genommen also auch nicht die ganz hellste aber die zweite ist genauso flüssig ich glaube ihr seht das das gebe ich mir natürlich auf die andere seite diesen bisschen heller das scheint dann dass sie ein bisschen mehr deckkraft hat war das ding ist ja dass ich im moment auf der arbeit super viel maske tragen muss und das einfach immer richtig schön ist unschön meine ich nicht schön unschön ist mit einer richtigen foundation weil das einfach richtig übel aussieht später dann schauen wir uns das ganze mal an ich mache das jetzt da auch heute auf der anderen seite auch gemacht habe also ich gucke mir das mal genauer an ich sehe kaum unterschiede ich finde das eigentlich gar kein unterschied warum ehrlich ist weil ich sehe kein farbunterschied ich sehe kein deckkraft unterschied meine nase ist nicht schön die ist aber niemals schön okay da kann die nichts für ich zeige euch das auch mal näher also hier ist wie gesagt die l'oreal seite und hier ist die trendet abseite ach so ja bei l'oreal habe ich ja auch zweimal gemacht dann sollte ich das bei trendet ab auch machen also ich gebe denen auch noch mal ein zweites also ich finde trendet ab hat in der zweiten schicht definitiv eine höhere deckkraft bei l'oreal hatte ich so das gefühl dass sich das nicht so wirklich aufbauen lässt was er aber auch nicht sinn der sache ist eigentlich so jetzt schaut euch das noch mal an natürlich gemein weil hier auch mein fenster ist finde ich gar nicht so schlecht also ich werde jetzt mal meine base zu ende machen also mit concealer und allen wie ich denn halt auch aus dem haus gehen würde und melde mich dann noch mal zurück wenn ich das alles fertig gemacht habe so ich habe jetzt mein look fertig geschminkt ja und so sieht das jetzt mit bronzer und puder und naja den ganzen klarer dutch aus den ich mir so aufs gesicht knallen also das hier ist die l'oreal seite und das ist die trendet abseite kann mich eigentlich nicht entscheiden was ich besser finde ich werde euch das noch mal kurz bei tagesdicht zeigen ja dass das bei tagesdicht das hier ist die l'oreal seite dieser clone und das ist die trendet abseite ich glaube ich bin im moment er ein bisschen für die trendet abseite tatsächlich aber wir werden sehen was da jetzt in den im laufe des tages so passiert weil ich werde jetzt noch ein paar erledigungen tätigen und so dabei musste ich bestimmt auch wieder eine maske tragen wie das halt heutzutage so ist und dann werden wir mal sehen wie das danach aussieht so die ganzen geschichten sind jetzt mindestens sieben acht stunden drauf ja ich musste eine maske tragen ich glaube man sieht das und die öle sind ordentlich wieder durchgekommen also ich habe ja auch eine misch haut mit tendenz zu öliger haut ich werde das ganze jetzt einmal abblotten und dann zeige ich euch das ganze noch mal wenn ich jetzt puder darüber machen würde dann wäre das ja verfälscht deswegen blotten wir einmal das ein bisschen ab einmal ein bisschen ist gut vielleicht braucht zwei tücher ich glaube ihr seht also auf der nase ist so gut wie nichts mehr da aber das ist ja auch normal mit der maske ja so sieht das jetzt jedenfalls aus auf der stirn seht ihr es glaube ich noch auf der nase ist halt nichts mehr da wegen der maske ja hier das ist ja alles masken partie aber hier oben also eigentlich sieht es noch ganz gut aus finde ich zeige euch das ganze jetzt noch mal im tageslicht ja so sieht das ganze im tageslicht denn aus die sonne scheint gerade ich finde es immer noch ganz gut eigentlich kann man machen oder auf jeden fall ist durch die maske logischerweise echt viel weggegangen aber sonst finde ich das sehr schön ja wie gesagt ich kann das sehr empfehlen aber ich würde auch sagen dass die trendet ab definitiv ein dupe ist und dann würde ich eher zu trendet abgreifen weil das einfach günstiger ist aber ich finde beide sehr gut und werde sie auch beide natürlich noch mehrere tage lang testen ja ich kann sie euch auf jeden fall empfehlen ich mache jetzt kurz noch mal ein bisschen hier wieder drauf da ist ja noch ein bisschen was am pinsel dran weil ich da ja wirklich gar nichts mehr hatte gerade aber ich denke ohne maske würde das natürlich viel viel besser funktionieren aber für so einen alltag finde ich die alle mal okay und finde ich auf jeden fall sehr sehr gut im ersten test also sowohl die trendet ab als auch die l'oreal aber ich glaube ich würde mich für die trendet ab entscheiden weil erstens glaube ich dass trendet ab cruelty free ist und l'oreal ist es definitiv nicht punkt 1 punkt 2 ist die von l'oreal kostet 14,95 euro und die von trendet ab glaube ich weiß ich nicht sechs oder sieben euro irgendwie so in den dreh ich blende es euch ein und zu guter letzt macht sie einfach das gleiche wie die von l'oreal und der geruch von der l'oreal ist also wirklich das ist banane ohne scheiß das riecht nach banane und ich mag den geruch irgendwie nicht so und die trendet ab riecht halt glaube ich nach nichts jedenfalls habe ich es nicht wahrgenommen ja lieben das war das video wenn euch das gefallen hat dann lasst dem video gerne einen daumen nach oben da folgt mir auch gerne hier auf youtube damit ihr keine breite und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal tschüss